Sehr viele Autisten sind mit ihrem Versuch, sich an die Gesellschaft anzupassen, ja, es anderen recht zu machen, gescheitert. In diesem Video sprechen wir deshalb über die Frage, ob man sich als Autist im Hinblick auf seinen Autismus weiterentwickeln, ja, eventuell sogar verstellen sollte, oder ob man das besser sein lässt und sich in Selbstakzeptanz üben sollte. Ja, hallo, und zwar möchte ich mal ein Video machen zum Thema, sollte man sich wirklich weiterentwickeln, sollte man versuchen, sich an die Gesellschaft anzupassen, ja, sich vielleicht sogar verstellen, oder ist das eine kontraproduktive Strategie, die nur zu eigenem Leid führt, an der man letztlich vollständig zerbrechen sollte. Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde, gerade auch deshalb, weil, und das Wissen Abonnenten meines Kanals natürlich, ich hier sehr viele Gedanken und Impulse bereitstelle, sich eben tatsächlich in der Persönlichkeit als Autist weiterzuentwickeln, besser in der Gesellschaft anzukommen und es auch immer und immer wieder meine Empfehlung ist, das zu versuchen. Um diese ganze Thematik wirklich aus der Tiefe zu verstehen, müssen wir hier einige Sachen festhalten, müssen wir hier einige Sachen klarstellen, die das Störungsbild Autismus als solches betreffen. Und zwar wird in den Medien immer wieder gesagt, und das ist auch eine Sache, die meistens natürlich von Selbstbetroffenen oder von Menschen, die sich selbstbetroffen fühlen, ganz, ganz wichtig, eine Sache, die immer wieder von diesen Menschen behauptet, ja, ausgesagt wird, dass Autismus nämlich eben eigentlich gar keine Störung sei, keine Behinderung sei, sondern eben nur, ja, eine Spielart, eine Neurodiversität. Und deshalb auch gar nicht verstanden wird, warum man am Autismus, daran Autist zu sein, überhaupt leiden sollte. Das ist eine Betrachtungsweise, eine Behauptung, sage ich mal, die aus fachlicher Sicht sehr, sehr fraglich ist. Denn wir sehen zum einen, dass Autismus-Spektrumstörungen, und da ist es egal, ob wir vom Kanner-Syndrom sprechen, vom Asperger-Syndrom, vom atypischen Autismus, vom hochfunktionalen Autismus, was auch immer, nun schlicht und ergreifend in den Diagnose-Handbüchern einmal angesiedelt sind als tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Tatsächlich ist es eben nicht so, und das ist nun einmal handfester Stand der Forschung, dass Autisten eben nur, ja, eine Neurodiversität aufweisen. Und zwar aus dem Grund, dass es hier nicht einfach nur die Frage ist, habe ich eine starke zentrale Kohärenz, habe ich eine schwache zentrale Kohärenz, sondern wir auch ganz klar wissen, dass Autisten im Bereich der Theory-of-Mind-Fähigkeiten in den sozialen Fähigkeiten Einschränkungen haben. Es geht hier nicht einfach nur darum, anders zu sein, qualitativ anders zu sein, sondern es geht ja auch darum, quantitativ bestimmte Dinge nicht leisten zu können. Das wird völlig klar, wenn wir verstehen, dass neurotypische Menschen ohne Autismus Sachinformationen kommunizieren können, gleichzeitig aber auch das volle Spektrum an, ja, sozialen Informationen kommunizieren können, damit arbeiten können, in diesem Bereich bedienen können. Autisten hingegen haben damit Schwierigkeiten. Sie haben kein Problem damit, Sachinformationen zu kommunizieren, haben allerdings massive Probleme damit, eben den ganzen sozialen Bereich abzudecken. Das bedeutet, Autisten sind, ja, darauf beschränkt, auf der Sachebene zu kommunizieren, während neurotypische, nicht-autistische Menschen beides bedienen können. Sie sind flexibel. Sie können Sachinformationen austauschen, können aber auch die ganze Bandbreite des sozialen Miteinanders bedienen. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sehen also, dass im Bereich des Autismus eine tatsächliche Einschränkung vorliegt und es deswegen nicht einfach nur darum geht, qualitativ anders zu sein. Ja, es ist nicht nur eine Neurodiversität. Autismus ist zu verstehen als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, denn es liegt eine gestörte Entwicklung vor, zum Beispiel der sozialen Fähigkeiten, im Bereich der Empathie und so weiter und so fort. Aus diesen Einschränkungen ergibt sich für Menschen mit Autismus im autistischen Spektrum ein Leidensdruck. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Wir müssen verstehen, dass in den Diagnosehandbüchern im DSM-IV, im DSM-V, im ICD-10 ganz klar ausformuliert ist, dass für die Stellung einer Diagnose aus dem autistischen Spektrum ein Leidensdruck vorliegen muss. Es muss eine wirkliche massive Einschränkung des täglichen Funktionierens vorliegen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der betroffene Klient nicht leidet, so ist unser Gesundheitssystem auch nun einmal aufgebaut, aus gutem Grund, wozu ich gleich noch etwas sage, darf die Diagnose Autismus nicht gestellt werden. Das bedeutet, dieser Mensch hat per Definition keinen Autismus. Jetzt wird die Frage gestellt, ja Moment mal, ich fühle mich doch autistisch, ich erkenne mich doch vollständig wieder. in allem, was über Autismus gesagt wird, ich habe den AdWords gelesen und so weiter und so fort, da fühle ich mich doch drinnen gut aufgehoben, aber ich leide doch nicht. Wie ist diese ganze Sache jetzt zu verstehen? Wie kann es sein, dass ich offensichtlich so bin, dass ich mich als Autist fühle, aber jetzt kein Autist sein soll, nur weil ich nicht leide? Wie kann das sein? Diese Frage lässt sich sehr, sehr einfach und prägnant tatsächlich beantworten. Denn wir wissen, dass Autismus als Spektrum verstanden wird. Das bedeutet, manche Menschen sind eben Autisten und manche Menschen eben nicht. Wenn das nicht der Fall wäre, würde sich ja diese ganze Frage nicht stellen, sonst wären wir ja alle einfach nur Menschen. Ganz wichtig festzuhalten. Gerade bei diesem Spektrum müssen wir irgendwo einen Cut machen. Wir müssen sagen, okay, ab diesem Grad ist ein Mensch Autist und ab jenem Grad ist dieser Mensch neurotypisch, ist kein Autist. Die Übergänge sind fließend und per Definition ist der Cut an der Stelle, wo ein Mensch anfängt, an seinen Eigenarten zu leiden, eben dieser Leidensdruck anfängt. Und das ist übrigens nicht nur im Bereich Autismus so, das ist überall so. Das ist auch im Bereich von Persönlichkeitsstörungen so. Und um das noch einmal ganz, ganz deutlich hervorzuheben, bei Autismus handelt es sich um Einschränkungen. Und Autisten können bestimmte Dinge nicht bedienen, weil sie aufgrund ihrer Neurologie bestimmte empathische Fähigkeiten zum Beispiel nicht leisten, nicht beibringen können. Das ist nicht nur eine reine Neurodiversität. Wir müssen an dieser Stelle auch verstehen, dass gerade weil wir natürlich ein autistisches Spektrum haben, jetzt man nicht vor diesem Video sitzen darf und sagen darf, aha, ich bin hochfunktionaler Autist, ich habe diese Diagnose erhalten, deswegen sind alle Autisten so wie ich. Nein, wir wissen, dass der klassische Autismus, die tiefe Seite des Spektrums, der Low-Functioning-Autismus, dass dies schwerstbehinderte Menschen mit einem sehr, sehr niedrigen Funktionsniveau sind. Das ist eine Sache, die im modernen Diskurs, ja, durch die mediale Breittretung, durch das Problem Modediagnose Autismus, wo ich schon sehr viele Dinge auch zu gesagt habe, schon viele, viele Videos zu gemacht habe, eben vergessen wird. Wir haben halt sehr viele Menschen, die sagen, ich habe diese Diagnose, ich bin hochfunktional, ich fühle mich vielleicht einfach nur betroffen und habe noch nicht mal eine offizielle Diagnose, ich komme mir ja gut klar, ich halte mich für intelligent und so weiter. Das ist Autismus. Diese Menschen schließen von sich auf, ein komplettes Störungsbild wollen, weil sie irgendwie so sind, jetzt Autismus so definieren. Aber das stimmt nicht. Wir dürfen nicht die Menschen vergessen, die schwerstbehinderte Autisten sind und die natürlich auch deshalb weniger laut sprechen, weniger viel sprechen im Internet zum Beispiel, die eben nicht so eine starke Stimme haben im Internet. Das sind alles Sachen, die wir ganz wichtig verstehen müssen. Autist sein bedingt zwangsweise nach den Diagnosekriterien einen Leidensdruck, zumindestens aber, ja, das andere unter einem leiden. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn diese Komponente nicht vorliegt, darf die Diagnose Autismus aus gutem Grund, ich habe das hier und an den anderen Stellen schon mehrfach erläutert, nicht gestellt werden. In diesem Fall liegt kein Autismus vor, denn sonst wären ja alle Menschen Autisten oder alle Menschen keine Autisten. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben hier also Menschen, wenn wir von Autisten sprechen, die leiden, die deshalb leiden, weil sie bestimmte autismus-spezifische Eigenschaften haben. Und aufgrund dieser Eigenschaften immer und immer wieder anecken in der Gesellschaft, es immer wieder zu Problemen, immer wieder zu leiden kommt. Und hier sind wir dann auch bei der Frage, sollte ich mich persönlich weiterentwickeln? Sollte ich mich an die Gesellschaft anpassen? Sollte ich mich sogar verstellen? Oder lasse ich das lieber bleiben? Übe ich Selbstakzeptanz? Oder erzähle ich mir vielleicht sogar eine Lebenslüge? Es ist meine persönliche Ansicht und es ist auch meine Empfehlung, dass wenn wir Eigenschaften haben, unter denen wir leiden, aufgrund dieser Eigenschaften es zu leiden kommt, sollten wir versuchen, uns hier weiterzuentwickeln. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Weiterentwicklung nicht bedeutet, sich zu verstellen. Wenn einzelne Autisten ihr Leben lang versucht haben, sich zu verstellen und damit gescheitert sind, weil sie ausgebrannt sind, weil sie persönlich mit dieser Strategie gescheitert sind, zum Beispiel, weil sie es nicht richtig hinbekommen haben, aufgrund persönlicher Fehler, aufgrund von Pech, aufgrund von Schicksal. Es gibt ja tausend Gründe, warum Leute mit einer bestimmten Strategie nicht weiterkommen. Sollte da nicht der Schluss rausgezogen werden, dass alle Autisten sich nicht weiterentwickeln sollten. Und es gibt einen Unterschied zwischen Weiterentwicklung und Verstellen. Das ist nicht dasselbe. Ja, ich bin hier für die Weiterentwicklung. Ich bin auf keinen Fall dafür, sich zu verstellen, sich zu maskieren. Anpassung an die Gesellschaft kann in diesem Rahmen ein Bindeglied sein, zwischen ich entwickle mich weiter und ich verstelle mich. Das ist ganz wichtig. Wir müssen verstehen, dass wenn wir Autisten haben, die zum Beispiel darunter leiden, ein Problem haben, dass sie nicht genügend Freundschaften oder keine Freundschaften aufbauen können oder dass sie keinen Partner haben, dass sie keine Familie gründen, ist es ganz wichtig, da wir ja mit anderen befreundet sind, mit anderen eine Familie oder Beziehung führen, eventuell das Mittel der Wahl eine gewisse Anpassung an die Gesellschaft, also an anderen darstellt, dieses persönliche Problem für uns zu beseitigen, diese Entwicklungsaufgabe von uns zu lösen. Das bedeutet in diesem Fall, kann Anpassung an die Gesellschaft das Mittel, das Instrument der Wahl sein, um uns persönlich weiterzuentwickeln und somit wiederum unsere eigenen Leiden zu reduzieren. Es ist natürlich nicht angezeigt, dass wenn wir in einem Bereich nicht leiden, wir uns weiterentwickeln sollten, es sei denn, andere leiden unter unseren Eigenschaften. Da ist doch tatsächlich mein Appell an Ethik und Moral, an das Unrechtsbewusstsein jedes Einzelnen zu sagen, okay, wenn ich Eigenschaften habe, an der andere permanent leiden, dann sollte ich vielleicht zusehen, das abzustellen. Das ist natürlich nicht die feine Art. Aber grundsätzlich, wenn wir an bestimmten Eigenschaften unserer Persönlichkeit nicht leiden, müssen wir uns hier nicht weiterentwickeln. Wenn wir allerdings Eigenschaften haben, an denen wir leiden, weil wir immer wieder an der Gesellschaft scheitern, weil wir leiden, weil das Leiden bei uns sitzt, dann sollten wir uns weiterentwickeln und versuchen, das auszubügeln. Und genau für diese Menschen, die das versuchen, die das wollen, mache ich auch diesen Kanal. Denn, und das ist ganz wichtig zu verstehen, auch wenn viele Leute, die mit dieser Anpassung gescheitert sind. Und es gibt überall Leute, die mit irgendetwas gescheitert sind. Ja, das ist dann häufig die Stimme der Empörten, die Stimme der Frustrierten, die ja Gescheiterten. Nur weil diese Menschen ganz laut postulieren, man soll sich jetzt gar nicht mehr anpassen. Nein, Leute, passt euch nicht an. Übt Selbstakzeptanz. Selbstakzeptanz. Wir müssen uns nicht weiterentwickeln. Wir sind richtig so, wie wir sind. Und so weiter und so fort. Dass natürlich dadurch das eigentliche Problem, das eigene Leiden ja nicht verschwindet. Wenn ich mir sehnlichst eine Familie wünsche, aber das nicht hinbekomme, weil ich Autist bin, weil mir empathische Fähigkeiten fehlen, kann ich natürlich durch Selbstakzeptanz nicht oder nur sehr, sehr wenig dieses Problem auflösen. Also muss ich mich entscheiden. Stelle ich mich meinen Problemen oder eben nicht. Wenn ich mich den Problemen stelle, sollte ich mich hier weiterentwickeln. Anpassung an die Gesellschaft kann ein Mittel der Wahl sein. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir uns jetzt entscheiden können, Menschen zu sein, die sich weiterentwickeln, die etwas schaffen, die etwas erreichen, ja, was meine Empfehlung ist. Oder ob wir auf diese Menschen hören wollen, die eben in ihrer Entwicklung gescheitert sind. Die gescheitert sind. Ob wir den Empfehlungen von gescheiterten Menschen, ich sage es nochmal, die es überall in der Gesellschaft gibt, Folge leisten wollen. Ich kann davon persönlich nur abraten. Denn natürlich sitzt das Leid, sitzt der Schmerz, sitzt das Problem im betroffenen Autisten. Viele sagen, haha, ich habe ja gar kein Problem mit anderen. Die anderen haben ein Problem mit mir. Und deswegen höre ich auf, mich weiterzuentwickeln. Höre ich auf, mich anzupassen oder gar mich zu verstellen. Ich habe ja gar nicht das Problem. Die anderen haben das Problem. Das ist natürlich eine Fremdbeschuldigung und es ist auch ein logisches Paradox. Denn der Schmerz, das Leid, sitzt ja in dieser einzelnen Person. Zumindest in der Regel. Da können wir jetzt noch 5000 Mal sagen, ja, das Problem haben die anderen mit mir. Den Schmerz hat aber der betroffene Autist. Und es geht hier schlicht und ergreifend um das Abstellen des Schmerzes und um nichts sonst. Das wäre ein bisschen so, wie als Mensch in einem Wald zu stehen, umringt von hungrigen Wölfen. Und zu sagen, naja, ich habe ja gar kein Problem mit den Wölfen. Die Wölfe haben ein Problem mit mir. Was ist hier geholfen? Was ist dem Einzelnen geholfen, so eine Sichtweise zu entwickeln? Letztlich wird der Mensch gefressen werden. Und meine Empfehlung ist es schlicht und ergreifend, einfach zu verstehen, wenn man selber immer aneckt, wenn man droht, gefressen zu werden, wenn man selber leidet, einen Leidensdruck hat, per Definition notwendig dafür, eine autistische Diagnose zu bekommen, wenn man Sehnsüchte hat, wenn man depressiv ist, wenn man gescheitert ist, wenn man einen Wunsch nach Gemeinschaft hat, aber das nicht zur Erfüllung kommt, dann ist das das Problem des Einzelnen. Dann ist das das Problem dieser Person und eben nicht das Problem der anderen. Wenn wir irgendwann uns unseren eigenen Problemen stellen wollen, wenn wir mutig sein wollen, wenn wir irgendetwas erreichen wollen, sollten wir uns in diesen Bereichen weiterentwickeln, in dem es Weiterentwicklung bedarf. Und das sind die Bereiche, in denen wir nicht zufrieden sind, in welcher Art auch immer. Jegliche andere Empfehlung ist meiner persönlichen Meinung nach die Endstation von Menschen, die eben in ihren Lebensentwürfen gescheitert sind. Wenn ich sage, früher habe ich versucht, in der Gesellschaft anzukommen, früher habe ich versucht, mich anzupassen, ich bin damit gescheitert, ich habe da nur gelitten und deswegen lasse ich das jetzt, ich lasse das sein, dann ist das schlicht und ergreifend die Empfehlung oder die Resignation, das letztmögliche Mittel in der Sackgasse des Lebens von Menschen, die vollständig gescheitert sind. Aber das sollte nicht die positive, konstruktive Empfehlung sein, die man an andere weiterreicht. Und Selbstakzeptanz ist natürlich schön und gut. Selbstakzeptanz ist eine wundervolle Sache, funktioniert aber nur sehr schlecht in den Bereichen, in denen wir selber leiden. Wenn ich in einem Bereich leide, ist es sehr, sehr schwierig, hier mit dem Mittel der Selbstakzeptanz dagegen anzugehen. Und das Leiden wird nicht verschwinden. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist zu sagen, ich akzeptiere es, dass ich leide. Und das ist per Definition schlicht und ergreifend die Endstation des Lebens. Also nochmal, wer akzeptiert, dass er leidet, wird für immer leiden. Das ist nicht das, was ich mir für mich persönlich gewünscht habe, weshalb ich sehr hart an mir gearbeitet habe. Und das ist auch nicht die Empfehlung, die ich jedem anderen geben kann. Ich empfehle es, keinem zu akzeptieren, dass man leidet, sondern schlicht und ergreifend. Und das ist etwas, das alle Menschen in der Gesellschaft machen. Das ist nichts, was nur für Autismus gilt, sich weiter zu entwickeln. Ich sage es noch einmal, Anpassung kann ein Mittel sein, um diese Entwicklung zu vollziehen. Insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel uns einen Partner wünschen, einen besseren Job wünschen. Wenn wir einen besseren Job wollen, müssen wir uns anpassen an den Arbeitgeber. Sonst wird es nicht funktionieren. Das ist schlicht und ergreifend so. Anpassung wiederum bedeutet nicht sich verstellen. Auch sich zu verstellen mag eventuell in einzelnen Punkten für einzelne Individuen das Mittel der Wahl sein. Das ist etwas, ja, darüber richte ich jetzt nicht. Natürlich, man kann sich nicht nur verstellen, dann wird man ausbrennen. Aber worum es mir ganz grundsätzlich hier geht, ist die Empfehlung, sich weiterzuentwickeln, wenn man leidet. Ja, und in diesem Sinne soll es das für dieses Video auch schon gewesen sein. Ich hoffe, da meinen Standpunkt auch nochmal etwas klarer dargestellt zu haben. Schaut euch gerne auch meine Videos zum Thema Autismus, Asperger-Syndrom, Autismus-Spektrumsstörung an. Insbesondere dann, wenn du ein Autist bist, der sich selber weiterentwickeln möchte. Ich habe hier schon viele Sachen gesagt zum Thema, die neurotypischen Menschen verstehen, seine eigenen Probleme, seine eigenen blinden Flecken endlich mal sehen. Ich stupse hier dich als meinen Zuschauer mit der Nase drauf und zeige dir die Flecken, die du bis jetzt eventuell noch nicht gesehen hast. Ich sage dir hier, worum es bei Gestik und Mimik wirklich geht. Ich zeige dir, wie du besser in der Gesellschaft tatsächlich ankommen kannst, wie du dich weiterentwickelst, dass du eventuell auch endlich mal einen Partner findest. Und ich thematisiere hier auch, weil es schlicht und ergreifend Not tut, als jemand, der seit vielen, vielen Jahren im Bereich Autismus tätig ist, sich für andere einsetzt und der auch selber die Diagnose Autismus hat, spreche ich auch hier über das Thema Modediagnose Autismus. Schau dir alle diese Videos gerne an und in diesem Sinne abonniere auch gerne meinen Kanal jetzt gleich im Abspann. Ich wünsche dir natürlich allen meinen Zuschauern wie immer alles Gute auf ihrem Lebensweg, bei ihrer persönlichen Entwicklung und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.